Moin Leute was geht und willkommen zu einer neuen Folge Kirby Planet Robobot. Wir sind wieder in der Welt 6 und wir gehen ins zweite Level. Ich nehme das erste mal mit meinen Kopfhörern auf und bitte schreibt mir in die Kommentare wie das findet und falls das Level zu laut ist oder irgendetwas dann sagt es mir bitte. Oh nein das sind Side Scroller. Aber immer noch die Smash Boss Fähigkeit vom letzten Part. Eben was bei mir bei der Audio war da oft ein Problem und das. Oh nein gib 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 gib. Das Problem mein Audio war das da ich nicht äh nein das nicht. Ich spiel nicht immer mit meinem Kopfhörern und meistens ohne. Ich habe Samsung Galaxy Buds. Die ist jetzt Gaming. Oh Gott nein. Das wird so geeignet. Aber nun ja bei Kirby brauche ich sie weil sie ein Mikrofon haben. Also beim Aufnehmen generell. Das Problem ist mein Aufnahmesoftware erkennt die Kopfhörer nicht. Oh nein wie geht die Kopfhörer nicht. Ah da links klicken. In meiner Aufnahmesoftware erkennt das oft nicht. Geh. Jetzt geh rüber. So ein Regenstreng ist halt komisch weil ich halt auf einem Emulator spiele. Falls jemand interessiert. Ich bin auf C3 Emulator. Oh mein Gott. Ich hätte es fast schon wieder verkackt. Ich hoffe ab jetzt geht es. Aber jetzt. Gewöhne ich mich dran. Immer vor der Aufnahme noch mal alles neu einzustellen ist da ein bisschen nervig für mich. Aber ich mache das damit die Tonqualität besser ist. Ich hoffe das funktioniert jetzt. Ich muss mein. Ich muss mein Video nachher nochmal vor dem hochladen anschauen. Und bitte bitte schreibt es in die Kommentare falls es nicht. Oh mein Gott ich bin so dumm. Falls immer noch scheiße klingt. Oh ich bin noch dumm. Schreibt mir auch im generell falls irgendetwas schlechtes bitte in die Kommentare weil ich kann ohne wenn ich nicht weiß was bei mir nicht gut ist dann kann ich mich auch nicht verbessern. Weißt du. Oh mein Gott ich hab da fast noch verkackt. Oh mein Gott ich hab da fast noch verkackt. Oh nein was muss ich da machen. Ah ich weiß was da machen muss. Oh Boss Fight. Mit dem oder wie. Ja mit dem. Also. Oh mein Gott ich hab da fast noch ein bisschen Angst. Ah da hab ich das was ich vergessen habe. Ich denke jetzt mal nicht. Oh mein Gott ich dachte ich werde da. Oh mein Gott ich hab da. Das muss ich nicht siihen. Oh mein Gott. Oh nein was muss ich essen halt noch. Das shifted inshallah welches sagst. That was muss ich da machen. Das wird bestimmt sehr laut, im Vorfall, weil sie so nah an meinem Gesicht sind, das wird mir gleich mal Headphone-Lusers. Eigentlich bin ich heute nicht ausgehastet, aber ja, das heißt ja, habe ich schon ganz geschaut. Soll ich? Wir haben nicht schon lange geblieben. Was, muss ich da machen? Ach, sei, ich war. Warte. Ich bin heute nicht im Spaten, als ich das geistig bin. Ich bin heute nicht im Spaten, als ich das geistig bin. Ich bin heute nicht im Spaten, als ich das geistig bin, aber ja. Nein, 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 nein. Soll ich das geistig bin. Hey! Ist das ein grün? Ah, da ist er wieder. Normalerweise würde ich das nicht schneiden, aber wie gesagt, ich würde Curvy eigentlich anders lassen. Ich habe mich halt gesagt, ich werde nachdenken, dass ich das nicht schneide. Ich habe mich nachdenken. Nein, aber ich habe mich doch noch mal dagegen entschieden. Ich würde nach Curvy im Platt-Druck-Protters spielen. Das ist verarscht, das ist verarscht. Ich habe ich mit dem Spruch in meinem Lachs. Ich würde Curvy schütteln wie Lachs noch spielen. Bei das Curvy habe ich schon mal zur Hälfte nur durchgespielt. Nein, das ist nicht zur Hälfte, das ist die erste Runde. Ich würde da gerne mal weiter durchspielen. Oh mein Gott, das macht. Ja, ganz bescheuert. Ich würde die nochmal weiter schütteln, Curvy. Curvy, Curvy, Lachs soll auch eins der schwiegsten Endboss haben. Richtig. Tätig. Und nachher habe ich mich eigentlich dann gedacht. Habe ich dann einfach ein Mario oder... Ey, ich hasse es so sehr. Als ob jetzt schon wieder kommt, bring mich und bring mich um. Bring mich einfach mal so, was ist das? Ich bin gesprungen. Und dann... Nee, das spürt sie bis jetzt lieber. Nee, das spürt sie bis jetzt lieber. Nimm mich da halt. Nimm mich da halt. Er töte mich eigentlich. Digga... ich verschwende schon wieder acht minuten auf den scheiß ein einziges sektion ich will nicht weg gleich so dumm drauf gehen da spiel ich nicht ganz das weiß nicht springt also bitte zusammen ist nicht meine auge werden da nehme ich mich ein bisschen mehr leben habe weiter dass ich es aufkomme komm jetzt rüber also jetzt, jetzt gehts schnell durchsass das alles an jetzt nicht mal pflanzen geh weg, geh weg oh mein Gott nein spring doch, spring schnell, oh mein Gott danke dann geht es mein Güte wenn es jetzt der dritte ist, dann haben wir den Punkt dann gibt er nicht zur Fähigkeit, jetzt reichen soll soll ich die Sides rollen, hier kann ich die City jetzt muss ich schnell locken jetzt muss ich schnell locken dann ist das ich darf doch bezahlen lasse mich rein du 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 Ich verstehe, dass du sicher bist, noch was. . . . . . . . . Oh, let's go. oh ich hab das schluck auf das ist jetzt ganz nass ich hab ich glaube ich muss mich kurz auf die ganze da scheiße ich glaube ich muss mich kurz jungen das ist doch nur die dümmsten irgendetwas ich hab mir selbst versprochen dass ich das an cut lasse das kommt so hat mein titel schluck auf zerstört ja auch das ist mein titel eisfeuer blitz eisfeuer blitz der truhe ich muss das kurz laut sagen weil sonst vergesse ich das eis ich hoffe gar nicht dass das spiel zu laut ist weil die sektions schon sehr nie nicht schon wieder ich der schaft den verdammten spiel scheiße ich sterfe fast vor schluckern was soll ich hier machen junge ich muss mit dem schluckern aber jetzt soll ich kann wirklich nichts ab jetzt will der plötzlich nicht sicher sicher ich habe das waren nicht angesammelt ich kann hier nicht mehr zurück oder wenn ich mich nicht mehr zurück kann dann kann ich mich um häaa aaaah soo mitnehmen ey jetzt nehm den die man legte das ganze habe ich hasse Was ist das? Hioooooo! Hier! Richtig, ich schwör' euch, ich zerstör' euch irgendwas! SETZ! Oh mein Gott, setz' den nicht ab! Oh for fuck's sake, man! Ja, ich schwör' alle... SETZ! Fast kommt vor dem Wandel auf... Da wisst ihr, andere, andere, so... Andere, normal... Normale Männer, die nicht ganz normal... So Gamer schießen, Kontrollgegenwanderen wegen FIFA oder keine Ahnung wegen was... Scheiße, nachher... Jetzt nachher komm' ich so... Ich hör' mich... Und ich zerstör' fast mein... Gott verdammt... Cooler... Jetzt... Oh mein Gott, ich weiß... Ich weiß nicht mehr, was das letzte ist... Alles... Und das alles für den Sticker... Ey, ich... Ich denk' so hart, ich hab' jetzt falsch gemacht... Na gut, ich... 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 Ich gestalte... Es reicht... Es reicht mir... Ich... 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 Ich hab' hier neben mir eine Glasflasche und eine Tasse... Ich... Wenn es soweit geht... Ich mach' einen aus dem Tendor... Was ich nicht wissen will... Das ist... Ist ein ziemlich guter... Nintendo-Youtuber... Und generell... Let's Player... Der hat nämlich die Inspiration von meinem ganzen Kanal gewählt... Ich hab' auch noch einen Krug... Den ich schmeißen kann... Aber der geht ganz schnell kaputt... Ey, das ist nicht wahr... Das Video... Wir sind erst beim zweiten Ding... Das Video ist schon 20 Minuten lang... Ich weiss' aus der Fall... Das Leute... Die Leute jetzt sehen irgendwie... Das ist mehr fein... Aber... Also jetzt Player... Müssen die Videos halt länger sein... Und ansonsten... Nicht alles... Bei... Bei den meisten Spielen... Passt nicht ein... Das ist kein... Das ist ein Ritz... Komm... Der war lustig... Geh rein... Na gut... Hach... Heiße... Ey mit dem... Schluck auf ist das Level irgendwie noch... Unschen täglicher... Ah dachte, ich hab' ich dachte, ich muss ja tun... Ey, ich werde fast das Grund gesp... Huch... hoch ich komme da nicht mehr hoch oder es geht oh mein gott ich hatte so glück dass es noch geklappt hat und es gibt nur war noch für alle da sind ich nicht dass man mit vielleicht dazugelernt haben seht ihr ja ich komme nicht hoch und mit dem schluck auf das ist so viel ein oh mein gott dort hinten war doch safe noch was ich hätte nicht einfach laufen die gab der scheiß look auf nerd jetzt mittlerweile sind Ich bin so verdammt dumm Ich kann da nicht so machen Nee, ich kann mich nicht einmal umbringen Doch kann ich Nee, das Video ist so scheiße Oh, mein Maus zeigt Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr es mehr Fein wird mir nicht bei solchen Sachen ein Cut setzen Statt einfach alles zu dingsen Auch wenn ich zwar alles aufnehmen wollte Bei Kirby Ich will es auch nicht Wenn ihr nicht alles sehen wollt Dann fehle mich nicht alles Schneller Oh mein Gott, ist jetzt fast noch verkraft Ich... Haut rein So, jetzt geht rein Wo ist die Truhe? Da Und jetzt wird es dann Ich schmeiße das Gegenwand Ich schwöre euch das war dort Dort Dann Bei dieser Sektion, wo ich nicht nachgeschaut habe Egal, ich muss hier noch backtracken Ja, es ist schön, dass du es mir zeigst Ich finde es toll, ne? Ich finde es toll, ne? Zielen, also So, komm Komm Ey, ich bekomme noch einen Versuch, oder? Da unten ist auch noch was Joll Stier, der Scheißflug hat nervt hier wirklich tatsächlich Ich komme hier nicht mehr raus Kann ich mich noch umbringen, aber ich würde gerne wissen, was da unten ist Es ist ein Hayden, oder? Ey Junge Ey Junge Kann ich mich töten, dann gehts Soll ich cutten? Ne, komm Der braucht einen Lahn Ey, das, das Vita wird eh Nur zwei Klicks haben Also was Wann frage ich euch überhaupt null Kommentare? Ich hab noch gar nicht über meine Ziele für 20 22 geredet, was so viele andere YouTuber machen Meine Ziele für 20 22 sind definitiv 100 Abonnenten endlich zu erreichen Ich war jetzt fast seit einem Jahr Hartz, da gab es 60 64 Er ist mich irgendwie auf 72 gekommen O Er hat es gesehen Oder ja Er hat es gesehen Ok Ich lass mal einfach soo... Oh mein Gott! Wenn jetzt Sun Halo ist, dann hat sich das gelohnt. Jetzt wir zum Sterne. Der legendärste, naja, irgendwann. So, und jetzt raus. Okay, Damen, ich verabschiede mich jetzt schon aus diesem sehr schluckaufreichen Part. Hoffentlich hat's euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das neue Mikrofon findet. Bis dann und ciao! Ich habe noch eine Beleute. Was wir zum Lass? Nö, ich hab euch an Video! Ich hab noch ein paar Fragen vor, die Leute, die Leute an denachen. Ich hab noch nicht soo, das Archie, die Leute... Bei der believer, was du immer noch gut? Ach so, ein paar Informationen zu lassen. Ich habe einen? Bis zum nächsten Mal.